So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge SupergamesTV Radio mit Eddy bei uns in der Besenkammer. Supergames Radio? SupergamesTV Radio, ja. SupergamesTV Radio. Ja, ich wollte auf der großen Marke aufsetzen und dann... Ja klar, wenn man erstmal eine Marke gebaut hat, dann muss man die... Ihr kennt das, ne? Ja, ja. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Preis. Man muss ja sagen, das, was die jetzt bei SupergamesTV Radio im Podcast hören, kann man natürlich auch beim YouTube-Channel sehen. Wo ist denn dein deutscher Fernsehpreis? Wir zeigen ihn jetzt mal hoch, das ist er. Wer hat ihn schon gesehen, außer deine Frau? Welches Bild ist denn überhaupt das richtige? Beide haben wir. Wie, beide? Ja, das und das nehmen wir gerade auf. Und auf YouTube dann? Welches zeigst du dann auf YouTube? Ich nehme jetzt diesen Screen hier auf, warte mal. Ach, du capturst dein Desktop, auf dem du beide... So? Guck mal, so sieht das am Ende aus. Toll, ne? Und wenn du es da reinhältst, in diese Kamera? Oder da? Wir haben zwei hier. Das ist ja unglaublich. Geile Technik, ne? Ja, da ist er. Ganz schön schwer, ne? Der ist wirklich schwer. Darf ich mal? Ja. Der ist wirklich... Ganz schön massiv. Da kannst du schon einen Einbrecher mitstellen. Der Deutsche Fernsehpreis steht drauf. 2017 Rocket Beats. Aber ihr habt alle einen bekommen. Ja. Budi, Simon, du und Nils. Ja. Bist du stolz? Total. Also, es ist... Stolz ist gar kein Ausdruck. Ich habe ein bisschen Angst, dass es der Höhepunkt meines Lebens war. Und der kam so unerwartet. Und jetzt ist er da gewesen. Und ab jetzt geht es nur noch bergab. Und ich habe gar keinen Bock, dass es nur noch bergab geht. Lustigerweise hast du mir gesagt, du hast jetzt 13 Jahre Fernsehen gemacht. Jetzt machst du seit zwei Jahren Internetradio. Und vorher hat sich keine Sau drum gekümmert. Internetradio, Internetfernsehen. Ja, Internetfernsehen. Und jetzt kriegst du einen Deutschen Fernsehpreis für eine Sache, die im Internet läuft. Auch lustig eigentlich. Ja, total. Also, es ist alles komisch. Es hat sich auch komisch angefühlt. Es fühlt sich immer noch komisch an. Es fühlt sich an wie ein Glitch. Wie ein Bug einfach. Als ob wir durch irgendwelche Sachen durchgeflutscht sind. Und irgendwie hat es keiner gemerkt. Und am Ende haben wir den Preis gekriegt. Und dann haben sie es gemerkt und haben uns nicht in die Zusammenfassung reingenommen. Was? Die haben uns doch nicht in die Zusammenfassung reingenommen. Hast du das nicht mitgekriegt? Es gab ja am gleichen Abend um, ich glaube, 23.15 Uhr bei Leute heute eine Zusammenfassung vom Fernsehpreis. Da wurden wir nicht mit einem Satz erwähnt. Nicht gezeigt, nicht erwähnt. Wie viele Preise sind vergeben worden? Ich glaube, irgendwie acht, neun oder mehr als... Mehr, mehr, mehr. Mehr, viel mehr, ne? Okay, dann kann man das vielleicht noch verstehen, dass man sagt, man hat nicht so viel Zeit gehabt. Aber bei Leute heute die Zusammenfassung... Und das war ja auch der erste Fernsehpreis... Also wenn du eine 45-minütige Zusammenfassung eines Events machst, da kannst du wenigstens mal... Okay, die 45-minütige meinst du? Ja. Und da warst du nicht drin? Alter. Also ich meine, da kann man ja wenigstens mal in einem Nebensatz sagen, außerdem gewann oder... Ich habe keine Ahnung. Also es ist so, als ob wir nicht da gewesen wären. Und es war in meinem Fall gar nicht so schlimm oder in unserem Fall. Wir waren ja vor Ort und haben es genossen. Aber halt unsere Familien und so und saßen alle am Bildschirm und haben gedacht, da kommt der große Auftritt. Meine Mama ist vor Stolz im Prinzip geplatzt und dann kommt nichts. Dann siehst du irgendwie, wie Elton da an der Getränke, an der Theke ein paar Scherze macht. Aber von uns war nichts zu sehen. Es war so ein bisschen, muss ich sagen, ein kleiner Downer. Seid ihr denn online? Da sehe ich euch aber online. Ja, ja, ja. Die Rocket Beans haben gewonnen. Wussten die denn, wofür ihr den Preis kriegt? Oder haben die gesagt, jetzt machen wir mal irgendwas mit Internet? Also so haben sie es nicht gesagt. Wir haben den Preis gewonnen in der Kategorie Moderation, Unterhaltung. Aber wir haben ihn auch nicht bekommen für eine bestimmte Sendung oder so. Was ein bisschen komisch war, weil davor alle so, ja hier Joko und Klaas für die beste Show der Welt oder wie das heißt. Dann kommt ein Trailer von der besten Show der Welt. Und hier nominiert Janine Michaelsen für Ponyhof. Und hier Elton nominiert für, was weiß ich, 1, 2, 3. Und hier nominiert die Rocket Beans. Wieso? Ja, warte, aber. Also es hat so ein bisschen, ich meine, es gibt ja viele Formate, wo ich auch durchaus sagen würde, da würde ich meinen Hut in den Ring werfen, ja. Und sagen, da muss ich mich hinter Elton nicht verstecken. Ja, aber es wurde halt einfach nichts gesagt. Es war einfach irgendwie die Rocket Beans. Und ich habe dann mit Thomas Lückrath, Doto, den kennst du ja auch noch von GIGA, DWDL-Chef geredet, der in der Jury war. Und habe gesagt, sag mal, was habt ihr euch denn eigentlich angeguckt von uns? Und dann habe ich gesagt, fragt mich nicht. Fragt mich nicht. Keine Ahnung, sie haben sich alles Mögliche angeguckt und viele Sachen auch länger, damit man es auch verstehen kann und so. Aber konnte jetzt irgendwie auch nicht sagen, was. Und ja, ich glaube einfach, dass es so ein Mittelding war, dass sie wirklich auch irgendwie gesagt haben, also die merken schon, was wir da aufgebaut haben, was wir gemacht haben und wollten es irgendwie, ja, nicht respektieren, aber belohnen im weitesten Sinne. Aber wie gesagt, es fühlt sich auch ein bisschen komisch an, weil... Der ihr nicht dahin gehört vielleicht? Ja, irgendwie, also ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, der Vibe der Leute, die da waren, die haben zwar gesagt, ihr habt ihr verdient, aber so richtig wusste keiner, warum wir da sind. Also nicht, dass wir das nicht verdient hätten, weil ich meine, es ist ja quasi Fernsehen, weil wir haben eine Senderlizenz, das, was wir machen, ist Fernsehen. Aber dann hätte man irgendwie sagen müssen, weiß ich nicht, innovatives Projekt oder so, ja, der Deutsche Fernsehpreis für den ersten unabhängigen Fernsehsender oder so, da hätte keiner was gesagt, da hätte jeder gesagt, ja klar, kann man unterschreiben, Rocket Beans, so. Aber irgendwie so Moderation, Unterhaltung und dann wird aber gar nicht gesagt, welche Show eigentlich oder für was. Also es hat so ein, ich weiß nicht, es hat sich so einfach so ein bisschen angefühlt, als ob das ein bisschen komisch war. Kannst du beschreiben, wie es war, denn oben diesen Preis entgegenzunehmen und dann runter zu gucken? Ja, also es war einerseits komplett Tunnelblick, also du bist so oben und irgendwie dein Blick, der vorher den ganzen Raum erfasst hat, wird quasi wirklich so, also du nimmst quasi peripher nichts mehr wahr im Prinzip, du bist völlig unter Adrenalin. Ich, die Eindrücke sind einfach viel zu krass, weil du auch, du wirst plötzlich da hochgerufen und Leute klatschen und plötzlich klopfen sie dir auf die Schultern irgendwie und dann ist das Jan Böhmermann und du gehst da hoch und Barbara Schönberger lächelt dich an und sagt herzlichen Glückwunsch. Und hinter dir steht Olli Welke und da vorne siehst du Thomas Gottschalk und da sitzt eine Iris Berben und du denkst einfach nur, gleichzeitig hält der Simon irgendwie eine Rede und du denkst einfach nur so, was passiert hier eigentlich gerade und es geht wirklich wie im Zeitraffer und du versuchst einfach nur irgendwie, du denkst, hoffentlich guckt die Plauze nicht raus oder irgendwie der Anzug ist falsch oder keine Ahnung, solche Sachen schießen. Die sah gut aus, wenn das ein Foto sieht, also ich habe von allen gehört, das sah toll aus. Ja, also wie gesagt, ich habe echt und dann gehst du runter und dann kommt auch schon die erste Aufnahmeleitung und sagt einmal bitte hier mitkommen, weil dann musst du nochmal über den roten Teppich, dann machen die nochmal Fotos mit dem Preis, wie da auch dieses eine Foto entstanden ist und normalerweise wäre dann da auch eine Reporterin von ZDF Leute heute gewesen und es war auch so, dass... Vielleicht haben die das Material verloren. Ja, nee, die haben uns gar nicht interviewt, aber es war auch so, dass direkt vor uns haben Joko und Klaas ja gewonnen und waren quasi noch bei ihrer Fototour direkt vor uns und die kennt natürlich jeder und die haben dann das Kamerateam und alle so sozusagen absorbiert und dann kamen wir und dann waren es halt einfach ein paar Leute halt nicht mehr da oder was auch immer. Meinst du, die kannten euch denn, die da zugeguckt haben oder wie viel Prozent der Leute kannten euch wirklich? Zehn. Zehn Prozent oder zehn Leute? Zehn Prozent. Würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen mehr. Also ich sage mal, wir machen ja schon lange Fernsehen und haben natürlich innerhalb dieser Zeit auch, es sind ja nicht nur On-Air-Nasen da, es sind ja auch viele Funktionäre und weiß ich nicht. Fernsehmacher, sage ich mal da und die kennen sich natürlich schon ein bisschen aus, was auf dem Markt passiert und deshalb kannten uns natürlich jetzt schon auch einige Leute, aber ich sage mal jetzt so von den großen Prominenten, also ich glaube nicht, dass ein Jan-Josef Liefers weiß, was Rocket Beans TV ist oder ein Thomas Gottschalk oder ein Johannes B. Kerner oder so. Also solche großen Namen, die haben das vielleicht dann mal irgendwo gehört, irgendwas, Rocket Beans Internet und dann hört es auch meistens schon auf. Du merkst auch so richtig, es ist auch wirklich so ein Generationsding einfach. Also in dem Moment, da ist so richtig alte Schule Fernsehen, ja, also wirklich die alte Garde, sage ich mal und dann aber halt auch viele jüngere Leute, von denen kennt einen natürlich. Also so Joko und Klaas und die Redaktion von denen und Jan Böhmermann und die Bild- und Tonfabrik und so. Also die wissen natürlich, wer wir sind, was wir machen und mit denen hat man sich auch gut verstanden und die haben wir auch gratuliert. Aber wie gesagt, so die Altvorderen oder auch die ganzen Schauspieler, die wissen in der Regel nicht, wer wir sind. Was ganz cool war, ist, dass jeder fucking Kameramann, Kabelträger, Beleuchter, Techniker und Caterer uns kannte. Also wir saßen da, wir waren da im Zelt und dann kamen da die Jungs, die das Bier ausgeschenkt haben, wollten Fotos mit uns machen. Und wir denken nur so, hast du gesehen, dass da Thomas Gottschalk gerade an dir vorbeigelaufen ist? Also gerade, du merkst einfach, es ist einfach wirklich so ein Altersding einfach. Ich würde mal sagen, alles ab 35 oder ab 40 kannst du schon dann wirklich mit der Pinzette rauspicken, wer das kennt und weiß, was wir da machen. Hattest du mal davon geträumt, so ein Ding zu kriegen? Also jetzt, Deutscher Fernsehpreis, was heißt geträumt? Also ich habe früher, ich gucke immer eigentlich Awardshows und ich habe schon früher auch Awardshows geguckt. Und als wir Game One gemacht haben und da habe ich schon gedacht, also wir hätten es zumindest mal verdient gehabt, in der einen oder anderen Kategorie nominiert gewesen zu sein. Weil ich finde, dass wir ganz viele kreative Sachen gemacht haben von One Shots und selbst gebastelten Sachen und Special Effects. Und da habe ich dann Sachen gesehen, die nominiert und preisgekrönt waren, wo ich gesagt habe, also da hätte Game One reingepasst. Also es hat mich eigentlich immer gewundert, dass Game One nie für irgendeinen, großartig für irgendeinen Award, also abgesehen von Grimm Online, nominiert war. Weil ich fand, dafür waren viele kreative und revolutionäre Sachen dabei bei Game One. Aber Gaming ist halt einfach nicht non-existent als ernstzunehmendes Medium in der Branche. Es ist einfach für die nichts, was die halt ernst nehmen. Es ist halt einfach so. Aber natürlich hätte ich mir immer gewünscht, mal irgendwann eine Auszeichnung zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich der Meinung bin, dass ich schon, also ich glaube, ich weiß nicht, also es ist immer so doof. Ich will jetzt auch nicht so auf mega bescheiden und so machen, weil ich freue mich ja auch und ich finde es auch okay, dass wir den gekriegt haben. Aber ja, es kommt immer darauf an. Vergleiche ich mich jetzt mit irgendwelchen anderen Sachen, denke ich, ja, okay. Aber ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht auf dem Zenit unserer Schaffenskraft angekommen. Wir haben ja nie Geld gehabt, um richtig geilen Scheiß zu machen. Ich würde gerne mal so ein Budget haben wie, weiß ich nicht, andere. Wie alle anderen. Ja, wie alle anderen. Weißt du, mal irgendwie eine Show machen für 10 Millionen und gucken, was wir da auf die Beine stellen. Weil ich weiß den, das weiß ich nicht, wenn die Steadicam haben wir selber gebastelt aus Holz. Ja, weil wir uns eine Steadicam nicht leisten können. Oder wenn ich sehe, was bei Böhmermann im Studio steht für Kameras einfach nur, ja. Diese fetten ZDF-Kameras, wo eine, glaube ich, 80, du kennst die, du arbeitest damit auch beim NDR, wo 80, 90 oder noch mehr 100.000 Euro kosten. Ich glaube noch mehr. Und noch mehr, ja. Die Optik vielleicht. Ja, und bei uns, wenn eine Kamera sich bewegen muss, haben wir sie aufs Skateboard geschnallt. Weißt du, und das ist einfach, deshalb habe ich das Gefühl, da geht noch was, wenn wir mal in Sphären vordringen, die das erlauben. Ja, aber ist das der Wunsch oder ist das nicht eigentlich auch geil, genau mit der Kohle auszukommen, weil man dann eben was Besonderes machen kann? Oder sagst du irgendwann, ja eigentlich, jetzt habe ich aber die Schnauze voll, mir Steadicams zu basteln, jetzt will ich auch dann, und dann sitze ich da, wo Gottschalk früher saß, ganz ehrlich. Und dann bin ich der Alte, sag denen. Ja, es kommt darauf an, was man mit der Kohle natürlich macht. Also mit Kohle kannst du so viele Sachen machen, alleine auch zum Beispiel Leute gewinnen für die Formate. Ja, also finde ich schon interessant, wenn man mal vielleicht den Pool erweitert an Leuten, die bei uns vor der Kamera sind oder auch technische Sachen oder wenn ich an sowas denke, unser Konzept von der Greenscreen-Show, wo du aber, die nur funktioniert, wenn, weiß ich nicht, fünf Leute gleichzeitig Schnitt machen während der Sendung und so Geschichten. Also wir haben auch schon Ideen, die jetzt nicht direkt dann aussehen wie eine Gottschalk-Sendung. Die würde schon trotzdem immer noch aussehen wie eine Rocket Beans-Sendung, nur würde die ganz neue Möglichkeiten haben. Oder wenn ich an Virtual Reality denke, was man da alles machen könnte oder so. Aber es kostet halt alles scheiße Geld. Es ist halt am Ende des Tages kostet immer alles Geld. Oder guckt ihr an, wie viele Leute in der Redaktion sitzen bei, weiß ich nicht, irgendeiner, wie heißt es, Hallo Deutschland oder so. Die haben da 40, 50 Leute, glaube ich, die an einer Sendung arbeiten. Und wir haben einen, wenn die Sendung Glück hat, hat sie einen Redakteur, weißt du. Und da denke ich mir halt, da ist auf jeden Fall noch, qualitativ kann man da noch viel rausholen. Ich glaube, dass wir das Maximum aus unserem Leben rausholen. Dann würdet ihr dann ja auch den Charme verlieren, ne, also. Ja, deshalb sage ich. Das ist ja auch ein gefährlicher. Ja, aber deshalb sage ich, ich würde es ja gerne mal ausprobieren. Dann weiß ich ja. Also ich würde gerne einmal wissen, wie es ist, reich zu sein, dann kann ich immer noch arm sein. Aber jetzt, ich meine, jetzt könnt ihr ja überall anklopfen eigentlich mit so einem Ding, oder? Oder konntet ihr das vorher eh schon? Ja, aber was heißt denn, wo willst du denn anklopfen? Bei denen, die die großen Kameras haben, vielleicht. Das ist halt irgendein Lagerverkauf, der die verkauft. Und dann sage ich dir mal, ich habe hier einen deutschen Fernseher. Was kostet die? Nee, nee, ich meine die, die benutzen. Kostet immer noch 90.000. Ich meine die öffentliche Rechtlinien, die die benutzen und die die bezahlen. Und ich meine, klar, ihr macht jetzt auch was. Ihr macht natürlich auch der Funk. Ja, aber das ist ja alles so, ich weiß es auch nicht, aber das ist ja alles so komisch. Wir haben ja unseren eigenen Sender. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass die Kohle reinkommt. Weißt du? Es kommt ja immer die Frage, sind wir eine Sendung oder haben wir eine Idee und brauchen jemanden, der uns Geld gibt, um diese Idee umzusetzen. Aber im Prinzip sind wir der Sender und müssen den irgendwie refinanzieren. Das heißt, die wollen gar nicht weg auch. Naja, also ich will nicht unbedingt weg. Ich will Rocket Beans TV größer machen und ausbauen und professioneller machen. Ich will nicht zwingend zurück zum Fernsehen. Warum? Also ich finde es eigentlich sehr angenehm, so wie es ist. Also ich meine, wenn mir jetzt einer eine mega krasse Show anbieten würde, wo ich, aber auch dann weiß ich es nicht, ganz ehrlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn jetzt einer kommen würde hier monatags bis freitags, Eddie Late Night auf ProSieben. Ich weiß gar nicht, ob das, weißt du, was ich meine? Das ist ja auch, was das plötzlich wäre für ein Druck und so weiter und das würde das ganze Leben schon wieder ändern und momentan bin ich so fokussiert auf unseren Sender. Ich will unseren Sender auf gesunde Füße stellen und irgendwie, wenn ich ein Format sehe, dann will ich, dass es bei uns auf dem Sender läuft. Ich will das nicht, ich will nicht die Eddie Show auf ProSieben, sondern wenn, dann soll die auch bei fucking Rocket Beans laufen. Warum soll die denn woanders laufen? Weißt du, was ich meine? Also in dem Moment, wo ich sagen würde, ja Rocket Beans TV ist ganz cool, aber wenn ProSieben kommt, bin ich weg oder so, dann würde ich ja meinen eigenen Sender nicht ernst nehmen. Wie läuft es denn? Was genau? Bei euch. Ja super. Was habt ihr vor? Wie geht es weiter? Deutsche Fernsehpreis. Ja klar, wie geht es jetzt weiter? Ja genau so wie immer. Ja, okay. Also ich wette, wir haben keinen einzigen Zuschauer mehr nächste Woche deswegen. Abgesehen davon, es ist ja auch keiner weiß, dass wir den gewonnen haben. Außer den Leuten, denen ich es dauernd sage. Ach komm, die Leute bei euch in der Community wissen. Ja gut, die wissen eh alles. Aber die neuen, also neue Leute meinst du jetzt? Neue Leute wissen es. Keine Ahnung, ich gehe jetzt nicht davon aus. Ist das schon auf eurer Seite? Ja, ne? Weiß ich gar nicht. Also okay. Ja, also für uns geht es ganz normal weiter. Ähm, die Probleme, die wir vorher hatten, haben wir auch nächste Woche noch. Welche? Ja, alle. Alles halt. Zu wenig Geld, zu wenig Menschen, zu wenig Werbung, zu wenig Zuschauer, alles. Äh, und das sind die Baustellen, denen wir uns tagtäglich weiter widmen müssen und an denen wir arbeiten müssen. Vielleicht öffnet sich die eine oder andere Tür. Vielleicht durch einen Sponsor oder weil jemand mit uns zusammenarbeiten oder kooperieren will oder so. Oder vielleicht auch sich ein Geldgeber findet, ein Investor oder so, der sagt, äh, das ist mir was wert oder so. Keine Ahnung, das sind Möglichkeiten, aber kann auch nicht passieren. Also ich, ich weiß auch nicht. Ist auch für mich das erste Mal. Aber ich glaube nicht, dass jetzt, also du bist der Erste, der mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich drüber reden will. Ehrlich? Ja, du wohnst neben mir. Insofern ist jetzt nicht gerade Leben auf der Überholspur. Was soll ich sagen, ich war krank an dem Abend, ich bin nach einer halben Stunde von der Aftershow-Party. Stimmt, das hat man aber gar nicht gesehen, glaube ich, ne? Ne, man hat es gar nicht gesehen. Weißt du, ich habe nämlich irgendwann mal bei euch drüben geklopft, da lag die alle in Quarantäne. Ja, ist auch so. Und dann hieß es nur, ja, Eddie ist gefahren. Ja, ich habe am Morgen noch überlegt, ob ich fahren soll, weil ich mich wirklich schlecht gefühlt habe und gedacht habe, ich packe es nicht. Ich war da schon zwei oder drei Tage auf Antibiotikum und hatte gehofft, dass es wirkt, aber ich habe mir da noch irgendwie, ich hatte eine Mandelentzündung und konnte kaum schlucken und es hat richtig Halsschmerzen und geschwollen. Und dann kam auch noch Schnupfen dazu und dann habe ich alles zugequollen und da habe ich mich wirklich schlecht gefühlt. Und dann, ja, habe ich aber meine Sachen gepackt und habe gesagt, ich setze mich jetzt in den Zug und fahre da jetzt mit und wenn ich sterbe. Und war dann vollgepumpt mit Ibuprofen, Penicillin, Aspirin, alles mögliche habe ich mir reingeschossen, habe extra das rausgezögert bis kurz vor dem Preis, damit es möglichst lange trägt. Und es hat dann auch so drei, vier Stunden getragen und irgendwann war das wirklich wie in so einem schlechten... Als du gerade anfangen wolltest zu saufen? Genau, als ich gerade das genießen wollte, war wirklich wie, als ob der Buff bei World of Warcraft plötzlich weggeht, wenn du noch halb so stark bist. Und dann habe ich auch relativ schnell den Schuh gemacht und bin nach Hause, weil ich es einfach nicht gepackt habe. Was haben die anderen getrieben? Hast du was gehört? Die sind auch nicht so länger gelöst. Es war echt auch nicht so die krasseste Party, wie man es sich vorstellt. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass die da alle ausgelassen auf den Tischen tanzen. Es wurde ja auch nicht mehr live im Fernsehen übertragen. Die Veranstaltung ist ja eh ein bisschen zurückgenommen worden. Genau, und es heißt jetzt offiziell, es ist ein Branchentreff. Und so hat sich das dann auch angefühlt. Das heißt, nach der Show ging die Saalentür auf und du bist quasi wieder im Foyer gewesen. Oder da ist so eine Vorhalle gewesen. Und in dieser Halle gab es dann umsonst Getränke und ein paar Kanapés und so. Und dann lief da ein bisschen Musik. Und dann haben sich kleine Grüppchen gebildet. Und weiß ich nicht, wer jetzt da mit wem gelabert hat. Also wir haben hauptsächlich auch mit Leuten gelabert, die wir eh schon kennen. Wir haben ein bisschen hier mit den Bild- und Tonfabrik-Jungs ein bisschen kurz mal gequatscht mit Jan Böhmermann. Das war so das Highlight, der natürlich da jeder kam, der ihm auf die Schulter, weil der hat ja auch gewonnen, auf die Schulter geklopft hat und entsprechend kurz angebunden war. Aber das war okay. Oder so Steven Gäthchen, Jan Köppen. Also die Leute, die eh schon eine Affinität zu uns haben. Aber ich bin jetzt da nicht rüber zu Iris Berben und hab gesagt, ey Iris, also was geht denn? Oder so. Also ich hab, wir standen dann da hauptsächlich zusammen und dann kommt vielleicht mal der ein oder andere von der Produktionsfirma, für die man schon mal was gemacht hat oder mal ein Casting gemacht hat oder irgendwas, den man irgendwie über Ecken kennt und macht da kurz Smalltalk. Gratulation, habt ihr euch verdient, Jungs, genießt es. Und dann ist jetzt nicht irgendwie irgendwas Spektakuläres, sag ich mal. Aber Grimmelpreis steht noch an, ne? Vielleicht, oder? Ja, das stimmt. Aber das wird schwer, glaube ich. Ja? Ja, da ist ja noch dieses Video von Böhmermann von Neo Magazin mit nominiert, wo er durch die verschiedenen Sendungen switcht, was sehr gut ist. Was ich auch selber sehr gut finde. Das ist schon ein bisschen schwieriger, als gegen Elton zu gewinnen in Sachen Moderation. Und gegen hier Janine. Aber Janine hatte an dem Abend ja schon einen gewonnen. Ach so, okay. Deshalb, sag ich mal, Konzessionsentscheidung. Deshalb war das, da war ich auch froh, weil sie konnte sich trotzdem ehrlich auch für uns freuen, weil sie schon einen hatte und Elton dann auch gegönnt hat. Elton, kurz die Hand geschüttelt. Aber der ist ja, ich kenne ihn jetzt nicht, aber so wie ich ihn da erlebt habe und so, der ist so ein ganz einfacher, zufriedener, der jetzt da nicht die, der bildet sich jetzt auch nicht ein, die mega Ambition zu haben irgendwie, sondern der macht seit 100 Jahren sein Ding. Der wird ausgesorgt haben, nehme ich mal an. Der ist zufrieden. Der hat sich da irgendwie sein Nestchen gemacht. Und ich kann jetzt auch nichts Negatives über ihn sagen. Er ist auch ein netter Kerl. Er ist ein netter Kerl, hat einem Pferd die Hand geschüttelt. Ich habe ihm auf die Schulter und ansonsten gab es aber auch, ich bin ja auch schlecht in sowas. Ich bin ja auch nicht wie Budi, der dann da hingeht, den direkt anlacht und irgendwie ins Gespräch kommt, sondern ich bin ja auch so socially awkward, sage ich mal, dass ich dann auch nicht weiß, was soll ich denn da sagen zu einem Elton? So, weißt du, hey, Elton, so, ich weiß dann auch immer nicht, wissen die überhaupt, wer ich bin, ja? Das ist dann immer so eine Frage. Ich kann meinen eigenen Bekanntheitsgrad überhaupt nicht einordnen. Ich weiß dann nicht, wenn ich da jetzt hingehe, hey, hallo, ich bin der und der, dass der sagt, wer oder was? Und das ist mir dann schon alles so viel Kopfkino, dass mir das schon im Kopf so anstrengt, dass ich gar keinen Bock habe. Deshalb bleibe ich dann bei Leuten, wo ich weiß, die kenne ich. Hier. Hier. In der Besenkammer und überlasse das Networken, Arno und Budi und so, aber ich selber, ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute denken dann immer, ich bin arrogant oder weiß ich nicht was dabei, da will ich einfach noch schüchtern. Eddie, vielen Dank, dass du hier warst. Das war es schon. Willst du noch weiterquatschen, dann musst du nochmal wiederkommen mit dem Grimme-Preis, okay? Mit dem Grimme-Preis, ja. Wir haben ja nicht so viel Zeit, wir haben nicht so viel Sendezeit für jeden hier. Das ist Awards-Season. Die anderen stehen Schlange hier draußen. Wenn die Leute fragen, was machst du im Februar, sage ich, sorry, weiß ich noch nicht, das ist Awards-Season. Kann ich dir nicht sagen. Wo steht das Ding? Im Regal. Ich habe jetzt noch keinen besonderen... Ich glaube, hier ist eine Macke schon drauf, oder? Nein, da ist keine Macke drauf. Das ist aber gleich. Simon hat schon direkt eine Macke, weil er mit seinem direkt an Nils, als wollte er so Anstoß macht, so Klong, hat sich direkt eine Ecke rausgehauen. Beide in der Ecke rausgehauen. Also das geht ja gar nicht. Nee, deshalb, ich bin hier ganz vorsichtig. Das nächste Mal, wenn ich drüber bin, klaue ich den. Nee, darfst du nicht. Eddie, vielen Dank. Wie findest du die Besenkammer? Super. Das ist schön, ne? Das ist sehr... Ich glaube, da kann man was richtig... Ich glaube, es ist preisverdächtig irgendwann, glaube ich. Es ist Grimme-Preis-verdächtig. Was würdest du sagen? Was ist Mehrwert? Grimme-Preis oder Fernsehpreis? Ich würde sagen Grimme-Preis. Echt? Mhm. Ja. Vor meinem Feeling her. Ich kann es nicht so genau einschätzen. Grimme-Preis ist schon toll. Ja. Eddie. Ja, hier, Jochen. Ja? Das ist echt stark, das Ding hier. Mich würde mal interessieren, ob die Akustik auch so gut ist. Hier, das ist gut. Das ist ja total gedämpft von... Ja, weil deine ganze Bäsche hier... Von Klamotten, Steuerunterlagen, alten Schuhen. Und hier unten drunter überall. Hast du schon mal Schuhe... Du weißt, dass man Schuhe auch wegschmeißen kann, ne? Das sind die von meiner Frau, die Schuhe. Die Chucks, die sind alle von dir. Ja, die sind von mir, aber ich habe das Gefühl, dass ich die irgendwann nochmal abtragen könnte. Von einer Preisverleihung irgendwie. Nee, ich muss hier mal... Du kennst das ja, ne? Ja, ja. Man muss mal vier Meter hohe Decken, da türmt sich ganz schön. Achso, und können wir jetzt gleich die Pokerplatte in den Keller bringen? Was? Ich bin krank. Okay. Gut, dann stelle ich die morgen bei dir vor die Tür. Eddie, vielen Dank. Ich mache mal Schluss, ne? Ja, ganz schön. Tschüss. Tschüss. Ja.